Oh mein Gott, mir ist so kalt, Digga, das ist so kalt, hier ist überall Schnee in meinem Zimmer. Boah, meine kleinen Leuchten, zu mir kommt es halb neun wieder. Auf eurem Kanal, Leute, ich wusste nicht, was für der Antwort ich machen soll, aber es passt zum Video. Und zwar machen wir heute den Eisblock-Modus, was, Modus, und zwar mit dem Lieben. Mein Ohr hat grad explodiert auf zweitem Grade, Digga, und mit dabei ist noch der liebe Wigner Schwartz. Bruder, ist immer noch kalt? Ja! Wirklich, ich mach was hier warmes. Äh, 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 äh. Die gelbe Wärme, ne? Ja, die gelbe Wärme, die ist geil, äh, ja. Und Leute, ich würd' mal sagen, wir schnacken nicht lange drum herum. Lasst ein Like da und ich würd' mal sagen, äh, Erklärungspart ab. Willkommen zu der Erklärung von Eisblock-Battle-Inseln-Battle-Royal. Und so, meine lieben Freunde, spielen wir 3 vs. 3 und wir haben bzw. gibt es jetzt neue Eisblöcke auf der Battle-Royal-Inseln, meine lieben Freunde. Und in diesen Eisblöcken sind Items versteckt. Wir drei, also ich, Burak und Erwalf, müssen dann das Scoreboard hochheben und derjenige mit den meisten Punkten darf dann den Eisblock zerbrechen und das Item nehmen, meine lieben Freunde. Und danach gibt's natürlich ein Battle, jeder hat 3 Leben und ich würd' mal sagen, viel Spaß beim Video. Okay, Freunde, Uta, ihr seht schon hier, wir sind hier ins Spiel, wir sind mal ein Video ins Spiel, wie sie, Alter. Let's go, Leute, seid ihr aufgeregt? Der richtige Oldschool-Feeling. Der richtige Oldschool-Feeling. Der richtige Oldschool-Feeling. Und wir sagen, Leute, wir machen das Scoreboard in 3, 2, 1, GO! Und wir bekommen... Ja, ich hab, ich hab da jetzt hier. Ja, 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 ja. Okay, wir helfen Burak, um seinen Fisch hier rauszuholen. Und, Lukas, wetten wir um 5000 B-Bucks, das ist der normale, äh, das ist der Schlämpfisch. Ja, du hast gewonnen, ist okay. Guck, Schlämpfisch. Fischifisch. Fischifisch. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Eisblock. Okay, Freunde, der nächste Eisblock ist, äh, warte, da ist noch ein Fisch, den können wir nachher machen. Oh, ein RPG, Digga. Uff, uff. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ja, ich... Macht ihr und ich... 3, 2, 1, GO! Acht! Digga, warum hab ich immer am wenigsten? Digga. Ich könnt weinen, Digga. Warum, warum kriegt Lukas, äh, warum... Woher hast du die Waffe? Die habe ich gewonnen beim Radio. Äh, äh, ja, okay. Na, ich will was sagen, dann gehen wir weiter. Jungs, kommt mit. Ich hab wieder noch eine Waffe gewittert, beziehungsweise einen... Schneemann, den will ich haben. Äh, hä? Schneemann ist cool. Den will ich nicht. Guck mal, nicht öffnen, nicht öffnen. Lass darum hoch gleich würfeln. Okay, lass darum auch gleich würfeln, Leute. Danach. Ich will was sagen, es geht los. 3, 2, 1, GO für den Schneemann. Acht. Ja. Lukas, bitte mach was... 2, okay. Der Schneemann, glaub ne, Leute. Digga, der Schneemann, Leute. Der ist OP. Ich brauch keine Waffen, Digga. Gib mir den Schneemann. Ich werd euch zerfetzen, Digga. Auf Ansage, Leute. Der Schneemann ist die stärkste Waffe. Was ist das Problem? Digga, Jungs. Wollen wir mal Lukas demonstrieren, wie der geht? Hallo, hallo. Oh, wir machen gleich den hier. Und? 9. Ja, meiner. Meiner. Ich glaub, meine Tafel ist kaputt. Oh! Oh, my God. Okay, Leute. Das war zwar kein Eiswürfel, aber so ein Eisding. Und ich würd mal sagen... Hier, hier, hier. Was ist das drin? Oh, doch ein Granatenwerfer. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1, go! 6! Ja! Jungs, meine Tafel! Aber warte, was will ich mit 2 Grenade-Loungers? Wenn du Ehrenmann bist, gib mal einen ab. Nö! Nein! Lukas, aus! So, kommt mit aufs Dach! Kommt mit aufs Dach! Wir müssen jetzt hier bauen. Das ist zwar unser Kampf-Dings, aber mach nichts kaputt, weil wir müssen hier noch campen. Ihr Habibi, hier steckt was Gutes. Oh, hier steckt... Noch ein RPG! Hä? Was? Digga. Okay. Okay, Jungs, seid ihr bereit? 3. 3, 2, 1. Lukas, keiner gibt mir die ab. 10! Oh, was? Oh! Nie! Wie viele RPG willst du noch haben? Ich will jetzt nicht sagen, aber... Ich glaub, eine haben wir noch irgendwo, Leute. Weil das ist ja random, was da drin ist. So, ähm... Jungs? Ja gut, das war's mit denen. Kriege ich mein RPG, bitte? Hier. Ja, genau. So, Freunde, was ist hier? Ein Schneemann, Digga. Warte, warte, den nehmen wir nicht. Hier, 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 Bruder. Okay, Freunde, ihr seht's hier. Eine AR, Alter. Ich will mal sagen, das ist der vorletzte Eisblock. Und Jungs, ready? Ja. Set. Hopp! 9! 9! Man! Jungs, was ist los, hä? Odoman wird euch zerfetzen, Digga. Ich brauch nur eine Rakete. Ja, alles gut. Warte mal. Hat Lukas eigentlich ne Waffe? Nee. Habi, komm, komm, komm. Hier. Gönn dir. Oh, Ehre, Mann. Ohne Munition, danke, Bruder. Alles gut, Digga. Du kriegst keine Munition, Digga. So, Leute, ich will mal sagen das Letzte. Weil Lukas keine Waffen gezogen hat, dürfen wir sagen, Lukas, du wählst aus, welches das letztes ist. Ja, das nicht. Das nicht? Okay, ich glaub, wir haben auch keine Waffen mehr. Und im Dings haben wir auch noch nicht geguckt. Ey, darf ich denn jetzt safe das Letzte haben, oder was? Nein, wir würfeln da rum. Du darfst nur entscheiden, welches das Letzte wir nehmen. Waren wir hier schon? Ich glaub, hier ist auch noch einer. Hier ist einer. Mit Fischi. Mit Fischi. Hier ist aber krasser Fischi. Wo? Bei mir ist dieser Lila Fischi hier. Oh, okay, dann lass, Lukas. Ja, warte, ich komm. Lila Fisch. Lila Fisch ist immer gut. Wegen Leben, du weißt. Keiner brauche eine Lila Fischi. Digga, Leute, ich hab so viel Glück beim Brolin gehabt, Digga. Ich schwör's mir. They see me brolin. Okay, los. They helpin. Komm, nicht lang labern, nicht lang labern. 3, 2, 1, go. Ja! Und er kriegt's auch noch, Digga. Was? Oh mein Gott. Okay, Freunde. Okay, Freunde. So, ich würd mal sagen, wir sind Equip... Zeigt eure Equipments. So, Lukas. Das weg. Den und den. Eigentlich hattest du nur einen Fisch, Digga. Und Burak. Hä, nein, ich hatte nur den. Ich hab die Waffe, die zu mir herkommt, mehr als nur passt, Digga. Und Fischi. Und Fischi. Okay, Leute, ich hab AR. Ich hab diese. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Sorry, ich wollt nur ein bisschen flexen. Ich würd auch mal sagen, Jungs, verteilt euch. Und zwar kämpfen wir hier in dieser Eis, äh, Dings von Elsa. Kennt ihr Elsa? Die kleinen B. Okay, Freunde. Seid ihr ready? Ja. Okay, dann ich auch. Und ich würd mal sagen, es geht direkt los. Okay, Lukas. Ich hab schon meine OP-Waffe rausgeholt. Meine Geheimwaffe. Und ich... Hey, ich hab Heke an. Ich hab Heke an. Ich seh jemanden. Ah! Boom, Digga. Mit nem scheiß Schneemann. Geht's dir gut, Bruder? Sorry. Hab ich noch ein Leben? Du hast drei Leben, Bruder. Du wirst sterben jetzt, glaub mir. Das will ich sehen, Digga. Das war das Team, Bruder. Ja, team doch, Digga. Team doch. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Oh, du Mann. Ops. Nein. Nein. Ah, ich hab gebaut. Sorry, ohne bauen. Hallo, mitbauen. Dreimal bauen. Ja! Okay, ey. Euer Ernst, Digga? Euer Ernst? Oh, die fighten sich aber auch. Und, Leute, ich hab nicht bedacht, dass die Map kaputt geht. Aber, es geht in der Luft direkt. Nein. Oh, Lukas ist down, Leute. Das heißt, er hat noch ein einziges Leben. Und, wir machen auf Ehre jetzt mal auch Bruderak. Ich hab nur noch einen Schuss. Bruderak. Ja, mein Süßes. Bruderaki, wo sind wir? Wir sind da, wo du sind wie sie. Ich hab Angst, in das Haus zu gehen. Lukas, verpiss dich. Nein. Nein, bitte nicht. Gnade. Lass es uns Gnade walten. Lass uns Bruderak. Er hat noch drei Leben, Lukas. Was? Ich hab noch... Entschuldigung. Ich hab aus Reflektionsmodus... Äh, Junge? Hallo? Hallo? Sir? Tschüss doch. Können Sie aufhören damit? Hey! Können Sie bitte... Hör auf, ich bin gleich tot! Hallo? Lukas! Nein! Digga, Lukas? Digga, wir kämpfen! Digga! Nein! Ich sterbe! Er muss... Ja! 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 Tod kommt von oben! Der Tod kommt wirklich von oben, Leute. G! G! Ja, okay. Aber Lukas ist down, Leute. Das heißt, 101 gegen Bruderak. Bruderak hat noch alle drei Leben. Ich hab noch eins. Bruderak, wenn ich ein Ehrenmann bin. Wenn du mir ein paar RPG-Schuss gibst, kenne ich mich selber einmal. Nein. Gar nicht. Okay, 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 komm. Nö, selber schuld. Verspielt. Ja, verspielt? Ja, verspielt. Hab ich's verspielt? Sorry. Guck mal, das Ding ist halt einfach... Er hat halt von Anfang an keine Chance, weil ihr gegen RPG-King spielt. Digga! Digga, komm einfach. Komm einfach. Ich warte nur auf dich. Ich warte nur auf dich. Ganz nah uns. Ja? 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 Ja, ja. Ich hab gerade gerocket-rided fast. Oh. Nein! Wo ist der hin? Er ist unten. Ich muss High-Ground bewahren, Leute. Ja. Ja. Wurak! Wuraki! Kommt, Digga! Wir zerstellen die ganze Map, Digga! Gut kommt von hinten! Der Tod kommt von... Von wo kommt der? Sag schon, wo gut kommt der? Von hier! Aim! Ja! Okay, Leute, okay, Leute. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen uns anstrengen. So, Leute. Unsere Geheimwaffe. Die packen wir direkt raus. Wir dürfen... Wir müssen High-Ground machen. Hallo? Ich will meinen Ball. Hallo? Was baust du? Ich muss auf das Dach! Ja, ich auch. Nein! Wuraki, bitte! Friede! Friede! Oh, du bist unter der... Bin ich nicht! Bin er stirrig! Digga, warum Harry Potter noch nicht selber, wenn du weißt, ich habe... Nein! Nein! Komm, ich gebe dir noch mein letztes Leben! Komm! Dein letztes Leben! Okay, Leute, jetzt 101! Ich hätte zwar verloren, aber Burak macht auf Ehre und... Danke, dass ihr mir auch ein Leben gegeben habt. Digga, du halt deinen Schnauze, Digga! Du bist einfach nur Kacke, Alter! Und man kann dafür sagen, ohne Schneeball-Battle! Ohne Schneeball, Digga, komm! Komm runter! Komm runter! Wo bist du? Ich bin unten, komm! Ready? Ready, set, go! Nein! JAHU! Oh shit, Digga! Nein! Entschuldigen Sie, darf ich kurz... Ja! Nein! Oh! Schneeball! Bitte, bitte, bitte! Schnee! Nein! Nicht mal da habe ich gewonnen, Alter! Ich bin so ein Scheißer! Okay, meine lieben Freunde, Burak hat das ganze Metal geworden, bzw. er hat sogar doppelt gewonnen! Ich gönne dir nicht, Digga! Ich gönne dir nicht! Ey, Lukas! Egal, Freunde! Burak hat das Metal geworden! Ich würde nochmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like und... Na aber da, Alter! Was ist los mit euch, Alter! Und dann würde ich mal sagen... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ciao!